Okay. Ja, herzlich willkommen zu diesem Riot-Vortrag. Mein Name ist Peter Kiezmann, das ist mein Kollege Michael Rottleutner. Wir sind beide Teil der Riot Developer Community, Maintainer und zweiter Kontext ist, wir arbeiten beide an der HAW Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich möchte heute dieses Riot-Betriebssystem, das Riot-Projekt, ein bisschen was zur Community, ein bisschen was zu den technischen Aspekten weitergeben. Und bevor ich durchstarte, das ist unser erster Linux-Tag, dachte ich, wie motiviere ich das Ganze überhaupt? Warum sind wir hier? Wir als Wissenschaftler oder Techniker, Ingenieure und Programmierer, die ein Betriebssystem entwickeln, müssen wir sagen, okay, wir haben aus Erfahrung gelernt, es gibt dieses Linux kaum zu übersehen und wir wollen auch von diesem guten System lernen und haben mitgenommen, so ein System wird gut, wenn es Open Source ist, wenn es frei ist und wenn es Community getrieben ist. Und so handhaben wir es auch in Riot. Jeder, der vielleicht schon mal einen Riot-Vortrag gehört hat, aber ich sehe hier keine nickenen Gesichter, kennt wahrscheinlich auch diesen Spruch, if your IoT-Device cannot run Linux, then run Riot. Riot ist also kein Konkurrent, sondern bearbeitet ein anderes Feld, nämlich das IoT-Feld. Und was jetzt sich dahinter verbirgt und was für uns IoT ist, das kommt im weiteren Verlauf. Den kleinen Vortrag würde ich folgendermaßen geliedern. Erstmal überhaupt, was ist das Internet of Things? Wie sehen wir das Internet of Things? Was für eine Software-Plattform braucht man? Und was sind eigentlich so die Tücken? Wie die Erfahrung zeigt, ist das eine sehr philosophische Frage für viele Leute. Was IoT ist, ist auch nicht so ganz klar definiert. Dementsprechend ist es wichtig, an der Stelle unsere Vision nochmal ein bisschen preiszugeben. Anschließend werde ich dann kurz so eine kleine Liste vorstellen, was wir als Anforderung für so ein IoT-Operating-System sehen und was eigentlich die wichtigen Punkte sind, die eben implementiert sein sollten. Dann kommen wir tatsächlich wirklich zum Riot-Part. Ich stelle so ein paar Ecken und Kanten vor, ein paar technische Spezifika und wie Dinge gelöst sind. Danach kommen wir mehr so zu diesem Community-Teil. Wie kann man uns erreichen? Wie entwickeln wir Code? Wie läuft das eigentlich so alles ab? Und danach natürlich in so einem Open-Source-System gibt es immer viel zu tun. Viel mehr als man Ressourcen hat. Und würde mal vorstellen, was die wichtigsten Punkte sind, die wir in Zukunft angehen werden. Gut, das Internet, jeder kennt es. Jeder hat mindestens ein bis drei Geräte, die hier abgebildet sind. Also das Internet erstmal so als grobe Wolke. Und daran angeschlossen sind irgendwie so Desktop-Rechner, Tablet-PCs, Smartphones, auch Raspberry Pis, was ja auch schon eingebettete Systeme sind, die sehr weit verbreitet sind. Und das ist das, was es gibt. Mit dem Internet of Things, wie wir es sehen, kommt eine neue Geräteklasse hinzu. Das sind diese Mikrocontroller. Weit verfügbar, werden auf Messen ausgeteilt, sind vielfach verfügbar auf Ebay. Das ist diese sogenannte IoT-Programmable-World, die sich insbesondere dadurch auszeichnet. Die Ressourcen sind sehr begrenzt. Hier sieht man mal so ein paar Ausnummern auf diesen Nuclear-Boards, um die 80 Kilobyte RAM und 200 Kilobyte ROM. Auf den, das ist jetzt hier eine kleinere Firma, Zolerzia-Boards, MSP430 basiert. Und teilweise runter bis 8 Kilobyte ROM. Und das kennt man auch aus der Arduino-Welt. So, während wir also für all diese Systeme hier schon Softwarelösungen und Software-Plattformen haben, die gut funktionieren, mehr oder weniger, aber die etabliert sind und verfügbar sind, klar, Linux, Android, macOS, wie auch immer, adressieren wir eben genau diesen IoT-Teil und bilden eine Standard-Software für IoT-Geräte. Was macht das Ganze so schwierig? Das ist im Wesentlichen die Ressourcenknappheit auf diesen Geräten. Während wir bei Pies oder anderen Boards, auf denen Linux läuft, auch schon von Low-Power reden, haben wir noch ein ganz anderes Verständnis davon. Im Energiesektor ist die Vision, dass die Geräte ihre Lebzeit von einer Batteriespeisung auskommen. Wir wollen nicht hunderte Geräte, die irgendwo deployed sind, warten, täglich neuen Batteriewechsel machen oder gar USB-Kabel dahin legen, damit sie immer versorgt sind. Nein, die müssen irgendwie ein Energie-Management-System haben. Und die Hardware, die es da zu kaufen gibt, die ist auch schon super vorbereitet. Wer diese ganzen Specs kennt von STM, von Admin und sonst was, es gibt viele Low-Power-Chips, die im Mikro-Ampere-Bereich Strom ziehen, in den tiefsten Schlafmodi. Also, im Vergleich zu anderen Systemen reden wir hier von Milli-Watt anstatt Watt. Ähnlich ist es mit der CPU. Die Smartphones denken wir gar nicht mehr unter Gigabyteweise und auch ähnlich verhält es sich bei Raspberry, bei Odroid-Boards, wie auch immer. Wir sind hier noch im Megahertz-Bereich unterwegs. Wir haben einige Boards, eines habe ich eben gezeigt, die tatsächlich mit 16 Megahertz getaktet sind. Und ich glaube, heute nicht mehr ganz so kritisch, Memory ist nicht mehr so teuer, aber dennoch bewegen wir uns auch hier am unteren Ende, in unserem Sektor reden wir von Kilobyte-Speicher anstatt von Megabyte oder Gigabyte, die dieses System, diese Systeme überhaupt zur Verfügung stellen. Warum wollen wir jetzt so eine Software-Plattform für so viele verschiedene Mikrocontroller und Boards herstellen? Nun, das IoT entwickelt sich weiter und wird immer komplexer. Wir haben Gegenstände, die wir ins Internet anschließen wollen, wie ich eben gezeigt habe. Und das erfordert auch immer komplexere Software. Nicht nur hardware-seitig, wo man auch verschiedene Treiber und Schnittstellen bereitstellen möchte, sondern auch software-seitig. Wir reden hier von Komponenten wie ein Netzwerkstack. Das ist komplexe Software. Und was sind also die Alternativen? Die Alternativen wäre klar, man kann hochoptimiert direkt auf der Hardware coden und auch das wird noch vielseitig gemacht. Aber genau davon wollen wir weg. Wir wollen eine Software-Plattform haben, die portierbar ist, die wiederverwendbar ist auf verschiedensten Hardware-Plattformen. Und da steht so eine Zahl, das sage ich ganz ehrlich, die kann ich nicht begründen. Die habe ich einfach nur von einem Professor von der FU Berlin weitergenommen, der auch bei uns mit im Team sitzt. Der sagt, 90% der IoT-Software sollte Hardware-unabhängig sein. Und das ist auch möglich mit einer guten Software-Plattform. Gut. Was sehen wir für Anforderungen an einem so einem System? So ein IoT-Betriebssystem. Ich habe das alles schon so leicht angerissen. Also, jetzt mal aufgelistet. Wichtig. Wir brauchen Hardware-Abstraktion auf verschiedenen Ebenen. Um Software zu schreiben und Software, so wie sie ist, auf einer anderen Plattform wiederzuverwenden, brauchen wir generische Interfaces, einheitliche Schnittstellen und eine hardware-spezifische Implementierung, die sich dort unter befindet. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil diejenigen unter euch, die vielleicht den Markt kennen, so ein bisschen in der Mikrocontroller-Bastler-Arduino-Szene sind, die werden wissen, okay, sie sprießt nur so vor Hardware, die da ist. Und die unterscheiden sich nicht nur in der Peripherie, sondern tatsächlich auch in der Controller-Architektur, in den Ausprägungen der Pin-Outs und in verschiedensten Variationen, Formen und Farben ploppen die irgendwie eben aus dem Nichts auf. Das Nächste ist die Ressourceneffizienz. Auch das habe ich eben schon angeschnitten. Wir sind immer am unteren Ende am Knabbern, was den Speicher angeht auf den Geräten, wo komplexe Software und tatsächlich später große Pakete irgendwo gespeichert werden müssen und der Energiebedarf. Die Vision wäre, das Gerät schläft solange es kann. Hier zappelt dieser Graph, auf den man kaum noch erkennen kann. Irgendwie dabei 0 Milliampere. Ich glaube, genau genommen sind es um die 1,2 Mikroampere in dieser Messung. Wacht auf, tut irgendwas, verbraucht kurz viel Energie, sendet vielleicht ein Paket, wie auch immer und schläft dann wieder die größte Zeit, um den gesamten Energieaufwand niedrig zu halten. Real-Time. Hier wollte ich eigentlich ein Fragezeichen hinmachen. Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Ist natürlich sehr anwendungsspezifisch. Es gibt sicherlich viele Anwendungen, taktile Anwendungen, taktiles Internet wäre das Stichwort, die irgendeine Art von Real-Time oder schnellen Reaktionszeiten, kurzen Latenzen und auch Determinismus benötigen. Sehr wichtig. Bis jetzt habe ich das immer so nebenbei gesagt, da gibt es Pakete, da gibt es vielleicht irgendwie eine Internetanwendung. Netzwerksupport. Jeder kennt steuerbare Lichter, alles sieht irgendwie so ein bisschen nach IoT aus, aber für uns ist das echte Internet, so wie es gewachsen ist, standardisiert durch die IETF und die IATF, nur das wirkliche Internet. Das heißt, um Geräte miteinander zu vernetzen, braucht man offene Standards und die Implementierung von freien Netzwerkspezifikationen. Weiterhin, sehr wichtiger Punkt für das IoT, sind diese Adaptation Layers, wie ich sie hier aufgelistet habe. Was ist das? Nun, in der IP-Welt reden wir von Paketgrößen, da ist es kein Problem, wenn das Paket einfach auch mal ein Kilobyte groß ist. Da wir nun aber bei uns im System sehr, sehr ressourceneffizient arbeiten wollen, werden dort klassischerweise nicht 802.11, also WLAN-Radios verwendet, sondern das typische Radio ist ein IEEE 802.15.4 Radio. Diese Radios haben eine maximale Framesize von 227 Byte und um eben solche großen Pakete aus der IP-Welt über solche kleinen energieoptimierenden Radios zu übertragen, gibt es Adaptation Layers. Das Stichwort an dieser Stelle wäre 6-Low-Pan, IPv6 over low-power-lossy networks, standardisiert eben genau so etwas. Da gibt es auch Konkurrenten, Bluetooth, also Bluetooth Low Energy wäre das Stichwort, und auch für Bluetooth Low Energy gibt es mittlerweile einen RFC, der IPv6 über BLE spezifiziert. Standard Programming Interfaces. Dahinter verbirgt sich etwas, was oftmals viele, viele Fragen hervorruft auf Messen oder auch eben, wo wir uns verbirgen. Wir wollen ein System herstellen und bereitstellen, was dem Entwickler, dem Softwareentwickler, einen direkten Einstieg ermöglicht. Das bedeutet, das Bereitschein von Interfaces und Programmierumgebungen, die bekannt sind, Standardprogrammiersprachen, Standardprogrammierparadigmen. Und das ist eben der Punkt, warum wir uns eigentlich Friendly nennen. Wir sind User und Developer Friendly. Weiterhin ein wichtiger Punkt, Security und Modifizierbarkeit. Es braucht immer irgendwie einen Mechanismus, Updates einzuspielen. und Security kann man jetzt auch weiterfassen. Ich sage ganz klar, an der Stelle möchte ich heute nicht weiter einsteigen. Weiterhin, die Verwendung von Open Source sehen wir als einen wesentlichen Aspekt in Hinsicht auf Sicherheit. Jetzt würde ich etwas konkreter in das Riot-Betriebssystem einsteigen. Als erstes, wo kommt das überhaupt her? Es kommt ja immer, kein Projekt kommt irgendwie so aus dem Nichts oder selten. Irgendwie gibt es einen Hintergrund. Die Gründungsinstitutionen, die sich irgendwie dahinter verbirgen, sind die Freie Universität Berlin, die HAW Hamburg und französisches Forschungsinstitut INRIA. Die initialen Code-Zeilen, die geschrieben wurden, wurden 2008 in einem Forschungsprojekt geschrieben. Fire-Colonel hieß es und so hieß auch tatsächlich der Betriebssystemkern. Zu der Zeit, da ging es im Wesentlichen darum, Feuerwehrmänner irgendwie auszustatten mit Hardware, die nicht viel verbraucht und irgendwelche Alarme werfen kann oder eine Navigation übernehmen kann. Das Ganze schlief dann so ein bisschen ein und wurde 2010, als es der Schwerpunkt, ich glaube, es war damals auch an der Freien Universität Berlin, Richtung IoT ging, dort hat man sich wieder diesen Kern genommen. Andere Alternativen in dem Bereich hatten nicht genügt, eben aus den genannten Gründen, zum Beispiel neue Programmierparadigmen, die benötigt wurden oder andere Programmiersprachen, die den Programmierern nicht bekannt waren. Das war der Grund dazu, sein eigenes System weiterzuführen und man hat zu der Zeit erste Implementierung von dieser Adaptionsschicht 6LowPan zum Beispiel genutzt, implementiert auf diesem Kernel und weiterhin Routing-Protokolle zu evaluieren, wie zum Beispiel Ripple Routing für Low Power und Lossi IPv6 Networks. Das Ganze ist auf gute Resonanz gestoßen und das war genug Anlass, das Ganze weiterzuführen, weiter zu pflegen, bis 2013 eher noch im kleinen und internen Kreise. Und 2013, denn auf der Info.com ist Riot das erste Mal hinter diesem Brand tatsächlich öffentlich geworden. Der Code wurde auf GitHub abgelegt und wird seitdem dort gepflegt und weiterentwickelt. Riot ist wie gesagt Open Source und unter der LGPL V2 Lizenz lizenziert. Wir haben eine weltweite aktive Developer Community. Dazu kommt später aber noch ein weiterer Slide. Und Riot verbindet eben diese Punkte, die ich im Vorwege als wichtig für uns und wichtig für das IoT beschrieben habe, nämlich ein Speicher- und energieeffizientes Design, wobei gleichzeitig Funktionalitäten eines normalen und vollwertigen Betriebssystems zur Verfügung gestellt werden. Zum Factsheet. Der Kern, früher Fire-Körnel, heute Riot-Körnel, natürlich hat sich auch dort noch einiges geändert, ist ein Mikrokörnel-like-Körnel. Da können wir gerne im Nachgang nochmal weiter drüber reden. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu sehr darauf eingehen, was immer ein wichtiger Kriterium für den Robustheitsgrad der Software ist. Und ringsum, insbesondere durch unser Bildsystem, haben wir ein sehr modulares Design. Wir haben für jeden Treiber, für jede Netzwerkschicht-Implementierung, alles mögliche Module, die wahlweise mit ein- und auskompiliert werden, was dazu führt, dass man einerseits Software gut kombinieren kann, aneinander verstecken und verstachteln kann, aber vor allem auch die Code-Größe, die am Ende daraus purzelt, aus dem Binary, sehr anpassbar macht. Wir haben, wie ich gleich noch zeigen werde, viele Boards im Support. Das reicht von Arduino Nano, die wirklich im unteren Kilobyte-Bereich Speicher mit sich bringt, und bis natürlich die großen, für uns großen SDM F4-Flaggschiffe, im Cortex-M4-basiert mit bis zu 500 bis 1 Mega, glaube ich, Speicher, also Kilowatt, wie auch immer. Das System ist anpassbar und lässt sich eben auf ganz, ganz kleine Systeme reduzieren, die dann natürlich auf beschränkte Anwendungen laufen lassen können, bis hin zu etwas größeren Schichten. Der Scheduler ist tickless. Das bedeutet, wenn ein Task abzuhandeln ist, dann wird dies auch getan, und sobald kein offener Task mehr in der Queue ist, schläft das System, solange es kann. Meinetwegen für immer, oder bis die Batterie leer ist. Es kann natürlich zu jeder Zeit durch einen externen Interrupt oder einen Timer-Interrupt wieder aufgewacht werden, werden etwas abarbeiten und wieder schlafen gehen. Das Gegenteil wäre, denn ein zyklischer System tickt, der immer wieder das System aufweckt und guckt, was zu tun ist, aber unsere Designentscheidungen gehen hierhin, um möglichst viel Energie einzusparen. Der Scheduling-Algorithmus, der sich dahinter befindet, ist deterministisch und wird mit einer maximalen oberen Grenze von Laufzeit abgehandelt. Weiterhin haben wir mit diesem Write-Multi-Threading-System das System, was wir anbieten, und das System kommt im Herzen mit den Standard-Primitiven eines Betriebssystems, wie Interprezesskommunikation, Queues, Mutexes, etc. Wie ich gleich auch auf den weiteren Slides zeigen werde, haben auch wir verschiedene Hardware-Abstraktionsschichten und unterstützen unterschiedliche Netzwerk-Stacks. Kommen wir also mal so ein bisschen zu diesen Software-Components, die hier in diesen Blobs so grob dargestellt werden. Unabhängig vom Betriebssystem ist die eigentliche Hardware und die Anwendung, natürlich haben wir in Write viele Anwendungen, aber das ist nichts, was wir jetzt als Betriebssystem bezeichnen. Dann gibt es Dinge, die sind hardware-spezifisch. Diese Implementierung, die kann man sich natürlich in keinem Falle sparen. Die werden hier abgetrennt durch eine generische Schnittstelle. Das ist nämlich genau diese Hardware-Abstraktionsschicht. Und die Dinge, die dort implementiert werden müssen, sind natürlich CPU-Spezifika, Peripherietreiber und Bordinitialisierung, Clocks, Timer, etc. Nach oben hin haben wir die Systemmodule, ganz verschiedene. Wir haben eine Sammlung an Treibern für Sensoren, Aktoren, natürlich, hätte ich vielleicht zuerst nennen sollen, den Kern inklusive Scheduler. Wir haben Systemmodule, Interprozesskommunikation und alles, was dazu gehört. Netzwerkstacks, das werde ich gleich auch noch mal etwas weiter erläutern. Und, sehr interessant, dieses Package oder Packaging-System. Diese ganzen Dinge hier, die implementieren wir selbst. Wir haben eigene Treiber, eigene Netzwerkstacks. Aber, interessant, hinter diesem Packaging verbirgt sich eigentlich nur die Tatsache, dass wir einen recht komfortablen Weg haben, um externe Software bei uns einzubinden. Das geht relativ einfach über das Bildsystem. Da wird der Code reingezogen, reingelegt, eingepatcht und kann einfach so verwendet werden. Und das erspart uns natürlich jede Menge Arbeit und erweitert unser Feature-Set um einiges. Die Liste ist relativ lang. Ich hatte überlegt, ob ich sie mal hier nenne, weil da auch viele relevante Dinge bei sind. Aktuell in Entwicklung ist der Support für Wolf-SSL. Das kennt man vielleicht aus der Sicherheitsecke. Wir haben eine Reihe an anderen Libraries, die dort unterstützt werden. Der LWIP-IP-Netzwerkstack, den vielleicht auch einige Leute aus anderen Bereichen kennen. FileSystem, VATFS und eben weitere Kryptografie-Bibliotheken, wie zum Beispiel Relic-Bibliothek oder die Micro-ACC-Bibliothek. Wer da genaue Infos braucht, kann gerne gleich wieder und wenn es am Stand vorbeikommt, wir können mal durchgucken, ob wir die Library der Wahl tatsächlich auch schon unterstützen. Gut, das habe ich eben schon gesagt. Hier ist es nochmal ein bisschen aufgelistet. Hier unten haben wir die Hardware-spezifischen Implementierungen, die generische Anwendungen, APIs implementieren. SBI, ISPSC, Sensoren werden typischerweise über diese Busse angebunden. Und das Schöne ist, alle Treiber, die wir hier oben implementieren, beispielsweise dieses 15.4 Radio oder diesen Temperatursensor und da gibt es noch eine Fehlzahl an weiteren Geräten, benutzen die generische Abstraktion. Das heißt, wir können Code nehmen, auch Sensor auswerten, den Code nehmen, auf einem Board bauen, benutzen, Sensoren anschließen, auslesen, Aktoren ansteuern. Wir nehmen denselben Code. Das ändert sich an der Main-Datei und an der Applikation nichts. Wir bauen ihn für ein anderes Board und der funktioniert genauso. Weiterhin gibt es natürlich noch eine Ansammlung und Konfiguration. Die gehören mit zu diesem hardware-spezifischen Boardblock. Da kommt man natürlich nie drum rum. Wir haben hier es mit unterschiedlichster Hardware zu tun, mit verschiedenen Architekturen, mit verschiedenen Peripherie-Bausteinen und etwas hardware-spezifisches muss dort auch immer definiert sein. Mittlerweile unterstützen wir jedoch recht viel Hardware. Es sind über 70 Boards im Portfolio, die auch immer durch unser Bildsystem bei jeder Code-Änderung gebaut werden, für jede Applikation. Das reicht von, hier dargestellt, das sind 16 Bitter, MSP430, das ist hier, glaube ich, so ein AVR8, über Cortex-M0, Cortex-M4, Cortex-M3 im Kern. Ich glaube, das ist auch MSP430. Ja, mit verschiedenster Peripherie. Wie schon gesagt, wir unterstützen verschiedene Radios, wofür wir generische Treiber anbieten, Sensoren, Aktoren, SD-Karten und sicher noch einiges, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Netzwerken, Standardkommunikation ist eines der wesentlichen Punkte, die so ein System mitbringen muss. Das ist eine Software, die stabil sein muss, die sicher sein muss und die dennoch auf all diesen Plattformen laufen soll. Was bedeutet das? Einerseits, auch das habe ich im Intro gesagt und das machen wir in RIDE, wir unterstützen und liefern Systemmodule, Six-Low-Plan, IPv6, Coop und weitere, all diese Standardprotokolle, die in der IETF entwickelt wurden und weiter werden. An der Stelle vielleicht schon mal ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben ja auch Forschungsintergrund und sind an der Stelle selbst auch aktiv. Wir haben mit diesem RIDE das geschafft, in die IETF vorzudringen, insbesondere in die IRTF, das wäre dann die ICN Research Group oder die Thing-to-Thing Research Group, wo tatsächlich Proof-of-Concept-Implementierungen von Drafts auf RIDE gemacht werden, dort vorgestellt werden und auch in Form von Hackathons und Plug-Tests evaluiert werden. Wir haben in RIDE verschiedene Netzwerkstacks. Das wäre einmal dieser GNRC. Das ist der Stack, den wir tatsächlich selber entwickeln, selber weiterentwickeln, schreiben, mit Features ausbauen. Der zeichnet sich durch eine sehr modulare Bauweise aus. Auch dort würde ich dann wahlweise im Nachgang noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, vielleicht unten an unserem Stand. LWIP ist ein Klassiker, kennt man aus Contiki und anderen Wireless-Sensor-Network-Anwendungen. Ebenso AMP6, das ist ein Typo, hier müsste ein B hin. Und für uns mit dem Forschungshintergrund sehr interessant, dieses CCN-Lite. Das ist ein Netzwerkstack, der nicht das IP-Punkt-zu-Punkt-Paradigma implementiert, sondern für informationszentrische Netzwerke fungiert. Nun habe ich hier oben dieses schöne Bild aufgezeichnet. Ich dachte, ein ganz klein bisschen Detail kann man ja doch noch mal geben. Alles, was ich jetzt immer so dahergesagt habe, wie so ein Netzwerkstack aussieht und was eigentlich wichtig ist, was Komponenten sind und Protokolle, ist hier noch mal schön ausgeschichtet. Also eine Komponente des Systems ist der Netzwerkstack. Was vielleicht vielen Leuten bekannt ist, ist hier der traditionelle IP-Stack mit HTTP oben auf dem Anwendungslayer, TCP und unten. irgendwie was etwas stärkeres, Ethernet oder eben das klassische WLAN. Der Embedded Stack sieht ganz ähnlich aus, aber hier gibt es so ein paar Spezialitäten. Eben ist diese Six-Lope-Bahn eine Adaptionsschicht, um IPv6-Pakete über Ressourcen und energieeffiziente Radios zu implementieren. Ripple ist das Routing-Protokoll der Wahl, was auch insbesondere dafür ausgelegt ist, wenige Nachrichten zu senden und solche durch gemischten Ad-Hoc-Mesh-Networks irgendwie miteinander zu vernetzen. Und auf der Anwendungsschicht Coop ganz analog zu HTTP eben zu finden. IoT Development made easy. Wie gesagt, Open-Source, Community-Driven Development. Das Schöne an Write ist, man kommt daher, jeder hat irgendwie schon mal C gesehen, zumindest jeder, der sich im Embedded-Umfeld bewegt. Schreib deinen C-Code, C++-Anwendungen sind ebenfalls möglich. Wir implementieren viele POSIX-Schnittstellen, wie zum Beispiel P-Threads oder Sockets und weiterhin unterstützen wir Standard-Tools, die jeder kennt, wie hier zum Beispiel aufgelistet, Wireshark, Sniffing, gut, das entwickeln wir jetzt nicht, aber wir bauen zum Beispiel dann auch im Zweifel Plugins, zum Beispiel für dieses informationszentrische Netzwerk. und eben Debugging-Tools, GDB, Filegrind, etc. Das heißt, man stößt dort nicht erstmal auf eine neue Entwicklungsumgebung, sondern benutzt Tools, die man kennt und wahrscheinlich sogar schon installiert hat. Weiterhin haben wir eine Abstraktion in Write, das heißt, wir müssen nicht unbedingt auf Hardware laufen, sondern können dieses Betriebssystem auch in einem Prozess in Linux laufen lassen, dieses Native Board, was es insbesondere vereinfacht, Codes zu debuggen, Hardware ohne unspezifische, Codes zu debuggen und dort eben komfortabel auf solche Tools zurückzugreifen. Jetzt haben wir so ein paar Statistiken zu dem Betriebssystem. Der Code liegt auf GitHub und bis jetzt hatten wir 200, also verschiedene Contributors aus dem industriellen Umfeld, viel aus dem Forschungsumfeld und einfach aus der Hacker-Szene. 215 waren es insgesamt, 86 im letzten Jahr, ich denke, das spricht dafür, das ist auch eine Qualität, die wir vorweisen, wir sind aktiv, wir sind responsiv und arbeiten mit den Leuten, die auf uns zukommen, zusammen und versuchen weiter, auch deren Code in unsere Infrastrukturen und unsere Coding Conventions einzuführen. Man sieht jetzt hier, ich hätte gesagt, 2013 wurde dieses System eingeführt, dass wir eigentlich, das ist, ach so genau, auf der Y-Achse sehen wir hier die Lines of Code, dass es seitdem stetig gewachsen ist. Ebenso könnte ich jetzt natürlich die Anzahl der Commits zählen oder die Activity, die Grafen verlaufen alle etwas ähnlich, was heißt etwas ähnlich, die verlaufen alle so stetig steigend. Und laut OpenHub wurden bereits 253 Personenjahre in das System investiert, was irgendwie zu einem Preis von 13 oder 14 Millionen Dollar führen würde. Das ist nur so als Spaß, aber natürlich sind wir nicht in der Wege, das zu verkaufen, anwiegend auch. Noch ein bisschen Werbung, das sind Supporters, Sponsors, Sponsors im Sinne von Hardware-Unterstützung, teilweise aber auch Manpower, die sie zurückliefern, um uns mit dem System zu unterstützen. Sollten einfach nur nochmal aufgelistet sein hier. In dem Moment fällt mir ein, dass da ein Slide gefehlt hat. Aber eine Information, die ich auch gerne noch weitertragen möchte, ist das von unserem Kooperationspartner Inria geführte Testbed. Das ist in Frankreich. Dieses Testbed besteht insgesamt aus ungefähr 2500 solcher Sensorknoten. Dabei gibt es drei verschiedene. Das eine ist MSP430 basiert. Das andere ist so ein Standard Cortex-M3 mit ein bisschen Sensorik drauf. Das nächste ist so ein Atme-Knoten, den wir hier auch später vorzeigen werden. Und all diese Knoten sind verteilt auf drei verschiedene Sites. Einer ist in Paris, in Serclay und Grenoble. Es könnte sein, dass es noch eine weitere gibt. Genau weiß ich es nicht. Das Interessante ist, jeder, der sich dort registriert, kann dieses Testbed buchen. Experimente dort einspeisen. Riot läuft auf diesen Knoten. Man kann dort Riot-Experimente großskaliert fahren. Und das ist auch das, was wir tatsächlich in der Arbeitsgruppe machen. Und das Schöne daran ist, nicht nur, dass es verfügbar ist und nichts kostet. Es gibt auch eine Handvoll Tools, die man dort benutzen kann. Das ist zum Beispiel ein Energy Profiling. Es gibt Sniffer-Tools. Es gibt die Möglichkeit, den seriellen Output zu aggregieren und komfortabel mit den Knoten und so über eine Shell zu interagieren. Es gibt eine Sammlung an Command-Line-Tools, die man benutzen kann, um eben Experimente zum Beispiel zu skripten. Jeder, der jetzt keine Hardware hat und genug von dieser nativen Simulation von Riot hat, der könnte auch in Erwägung ziehen, auf echte Hardware zu gehen und dann dieses Testbed sich zur Nutze zu machen. So, das war die verlorene Slide. Nun zur Roadmap. Wir wissen, es gibt viel zu tun und es gibt immer neue Entwicklungen. Jetzt wollte ich mal so ein paar Sachen nennen, die wir nicht haben, weil ich uns ja jetzt auch in höchsten Ton gelobt habe. Was haben wir nicht? Wir haben aktuell keine Implementierung für Bluetooth Low Energy. Es gibt Bestrebungen, jetzt über den Sommer so ein Bluetooth Low Energy Netzwerkstack in Riot zu integrieren. Wir unterstützen bereits die Radios von Nordic im Wesentlichen, aber die Layer darüber sind noch nicht implementiert. Und der nächste Schritt wäre dann eben auch diesen RFC, den ich vorhin erwähnte, IPv6 over Bluetooth Low Energy zu implementieren. Weiterhin Coop, das Anwendungsprotokoll. Dort gibt es einen aktuellen Draft, Coop Resource Directory, wo es darum geht, wie macht man effizient Ressourcen eines Sensor-Knotens überhaupt bekannt. Dafür gibt es schon erste Implementierung, es gibt Pull Requests, aber das ist noch nicht ganz durch. Zum Thema Development Tools. Wir haben aktuell keinen wirklichen Update-Mechanismus, beziehungsweise wir haben einen, aber der ist nicht fest im Master. Diese sicherheitskritischen Dinge müssen natürlich verifiziert und geprüft werden. Und das ist eine Sache, die uns auch immer noch Arbeit bereitet. Ein Mechanismus zur Einspeisung von Updates, Applications, sowie aber auch Kernel-Updates over the air. Continuous Integration. Wir haben ein schnelles, verteiltes Continuous Integration-System, wo man schnell einfach mal einen Rechner anstecken kann, wenn man ein bisschen beim Hackathon mehr Rechenpower braucht. Dann schaffen es wirklich, diese ganze Bildmatrix, alle Boards, alle Anwendungen innerhalb von im Schnitt eineinhalb Minuten zu bauen. Das wächst natürlich stetig. Und eine Komponente, die dort sicherlich noch fehlt, sind die automatisierten Tests auf der Hardware, insbesondere von Treibern und Peripherie. Auch das ist natürlich auf unserer Agenda, aber benötigt noch etwas Zeit. Und zuletzt arbeiten wir derzeit daran, unser Energiemanagement-System weiterhin zu verbessern. Dort geht es insbesondere um eine noch klügere Verwaltung der Ressourcen, eine Abstraktion von Hardware und Software, sowie um die Möglichkeit der Einspeisung von Energie in das System und der effizienten Nutzung dieser Energie. Natürlich kann man sich vorstellen, so ein offenes Betriebssystem mit so vielen Contributors kostet viel Aufwand, Maintenance, wir erweitern stetig unseren Hardware-Support und das ist so ein ongoing task, sage ich mal. Jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache und die Hoffnung, vielleicht ein paar weitere Interessenten zu finden. Wir würden uns freuen über noch mehr Forks auf GitHub. Aktuell sind es 822. das wäre hier der Weg, wie man uns auf GitHub erreichen kann. Wir haben eine Developer-Smailing-Liste, wir haben auch noch weitere, aber das ist die spannendste, wo grundsätzliche Fragen diskutiert werden, Fragen gestellt werden können oder einfach mal reinlauschen können, was eigentlich so die aktuellen Themen bei uns sind. Wir haben natürlich einen IAC-Channel, dort sind immer einige von uns Developern aktiv und man kann einfach mal ins Gespräch kommen und ein bisschen chatten und einen Twitter-Channel haben wir natürlich auch. Dort twittern wir eher sowas oder sowas. Das schöne Foto habe ich mal aufgenommen bei der letzten Embedded World-Messe, wo wir einen kleinen Stand auf dem Hauptstand von der Linux Foundation hatten oder hier bei der letzten ITF in Prag, wo wir beim Bits & Bytes eine ganz ähnliche Demo zu der, die wir gleich noch zeigen werden, vorgestellt haben. Fotos sind immer schön. Meet Us, wir sind weit vertreten, das sind jetzt nur ein paar Examples in der fast nur deutschen Sektion. ITF Hackathons, wir sind eigentlich bei jeder ITF vertreten. Wir hatten unser erstes Darkstuhl-Seminar. Auch hier bestehen Möglichkeiten der Wiederholung. Dort braucht man natürlich die Geschichte, dass man eingeladen werden muss. Wir haben in der letzten Woche das sogenannte Fachgespräch für Sensornetzwerke bei uns an der HAW Hamburg ausgetragen. Die letzten drei Jahre waren wir auch immer bei der Embedded World vertreten. Und was es noch gibt, ist diese sogenannte Hack & Egg. Das ist sozusagen einfach so ein Hackerabend, wo wir uns einmal am letzten Dienstag im Monat treffen, auch eine Remote Session aufhaben. Meistens sind es ein paar Leute aus Frankreich, ein paar Leute in Berlin und ein paar Leute in Hamburg. Wie man sich dort am besten einloggt, das steht in unserem Wiki auf GitHub. Aber jeder ist dort willkommen, irgendwie mitzumachen, ein bisschen zu interagieren und vielleicht einfach abzuarbeiten. Mein letzter Werbeslide, Riot Summit. Dieses Jahr haben wir das zweite offizielle Riot Summit, Zusammentreffen der Community von Interessenten, Sponsoren und Entwicklern. Das wird am 25. bis 26. September in Berlin an der FU stattfinden. Hier unter dieser URL kriegt man natürlich noch ein bisschen mehr Informationen. Letztes Jahr war es ein voller Erfolg und sehr fruchtbar, die verschiedenen Gesichter, die sich sonst vielleicht nur aus dem Netz kennen oder noch irgendwelche Personalleute dazwischen haben, mal vor Ort zusammenzutreffen. Insbesondere auch die Leute mit dem Forschungsschwerpunkt, zum Beispiel aus der IRTF, mit den Codern und Hackern, aus der aktiven Entwicklergemeinschaft aufeinander zu bringen, zu gucken, was haben wir denn hier und was brauchen wir und wie muss es eigentlich aussehen, das System. So, die Slide mit immer noch zu kleiner Schrift haben wir vorhin schon gesehen. Damit würde ich jetzt das Wort an meinen Kollegen Michel abgeben. Wir zeigen hier jetzt gleich so eine Standard-Demo, wie man irgendwie so einen Knoten tatsächlich über Internet-Standards kommunizieren lässt. Auf den Knoten läuft natürlich Riot und unser Netzwerk-Stack, der in etwa so konfiguriert ist. Aber an der Stelle würde ich an Michel verweisen. Was ihr hier jetzt seht, was auf der Slide vorher zu sehen war, das war so der strukturelle Aufbau von der Demo. Das Ganze hier ist jetzt ein Dashboard. Das wird gehostet bei unseren Kollegen in Frankreich. Ich weiß gar nicht, wo genau der Server steht, der das macht. Man sieht jetzt hier über die Webcam verschiedene, falscher Rechner, verschiedene Sensorknoten, die hier rumliegen. Das sind zum Beispiel Atmelknoten, Arduino Boards oder auch eins von Solerzia. Da hängen verschiedene Sensoren dran, die zum Beispiel Temperatur messen oder hier Luftdruck, Feuchtigkeit, Helligkeit und so weiter und man kann mit denen interagieren. So, was wir jetzt hier mit dabei haben, ist, wir haben ein lokales Gateway auf einem Raspberry Pi. Da ist einfach nur ein 802.15.4 Transceiver mit drauf, der sich jetzt mit unseren lokalen Knoten verbindet. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir quasi diese IoT-Knoten, die hier drin liegen, mit denen man interagieren kann, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diesen Knopf drücke, dann sollte hier irgendwo eine LED angehen oder wieder aus. Wir wollen jetzt quasi hier vor Ort auch noch ein paar Sensorknoten damit dazuschmeißen, die quasi sich hier mit dem Gateway verbinden, mit dem Server in Frankreich kommunizieren. Ihr könnt auch die Webseite auf euren eigenen Rechnern aufmachen, wenn ihr irgendwas gerade zur Hand habt. Könnt ihr ein bisschen mit denen rumspielen. Ich werde jetzt hier nochmal versuchen, mir nicht den Kopf von dem Beamer abschneiden zu lassen und ein paar Sensorknoten anschmeißen. Was haben wir denn da schönes? Zack, zack, zack. Nehmen wir mal zum Beispiel den hier. Das ist jetzt eins von den gängigen Entwicklerboards, die wir bei uns so häufig benutzen. Ein Atmelboard mit einem Sam R21 20x Pro, glaube ich, heißt das. Der ist jetzt hier unten auch gerade schon aufgepoppt, das ging ja fix. Ich habe ihn mal Blue Note LED genannt, weil er halt blau ist. Ihr könnt ihn sehen und der hat jetzt natürlich keine tolle Funktionalität, ist quasi das Hello World aus der bisschen Hardware näheren Gegend, nämlich LEDs blinken lassen. Jetzt kann ich den über die Webseite in Frankreich steuern und hier diese kleine orange LED, die da dran ist, kann man dann darüber direkt toggeln. Der ist jetzt hier über Standardprotokolle, also in dem Fall das, was ihr vorhin in diesem Stack schon gesehen habt, eine Implementierung über Six Low Pan. Das Ganze spricht jetzt über Co-op mit dem Dashboard, das man hier sehen kann. Da kann man jetzt noch beliebig verschiedenste Sensoren mit ranschmeißen. Wir haben hier auch einen batteriebetriebenen das Tolle an der ganzen Demo ist, dass man die ganzen Knoten, die hier laufen, auf denen läuft dieselbe Software, das heißt, die Firmware, der Code, den man da drauf flasht, der muss für keinen von diesen Knoten angepasst werden, man flasht das auf jeden Knoten davon drauf und bis auf den Namen, der quasi aber auch automatisch dynamisch angepasst wird von dem Bildprozess, gibt es keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Softwareversionen, obwohl die Hardware sich komplett unterscheidet. So, hier ist jetzt noch der weiße Knoten. Genau, und ein tolles Beispiel haben wir noch, ich weiß nicht, ob das hier über diese Ansicht noch funktioniert. Leider etwas klein, noch ein bisschen aktiver, hat man halt einen Bewegungssensor mit einem Gyroskop und ein Killerometer, wo man halt sieht, okay, das sind tatsächlich Live-Daten, die jetzt von hier, von diesem Standort übertragen werden, eben nach Frankreich und ja, das ist das IoT im Wesentlichen. Das mit den Standardkomponenten hatte ich ja schon gesagt, was man natürlich, also dieses ganze Dashboard, das ist alles Open Source, ihr könnt euch auch den Code für das Dashboard, für das Gateway und so weiter, könnt ihr euch runterziehen, könnt das lokal bei euch einspeisen, das wird natürlich dann nicht auf der Seite von der Inria irgendwie deployed, aber das könnt ihr lokal bei euch als eigenen Server aufsetzen. Ein kleines anderes Beispiel, was ich heute schon mal unten liegen hatte, um zu demonstrieren, okay, man braucht auch nicht immer irgendwie ein aufwendiges Gateway, man kann auch einfach lokal einen Knoten anschließen und mit dem Interagieren, man braucht quasi keinen Gateway dazu, sondern man hat auch die Möglichkeit, zwischen den Knoten selbst zu kommunizieren, ohne ein, zwischen den so viele Kabel, das ist alles wild durcheinander. So, was man jetzt hier sieht, ist, dass die beiden miteinander sprechen und der eine Sensor quasi nur die Entfernung misst mit dem Ultraschallsensor und ergibt das über die LED wieder. Könnt ihr unten am Stand, wenn ihr Lust habt, auch gleich nochmal ausprobieren. Keine besonders spannende Demo, aber zeigt halt, dass man, wie gesagt, auch ohne einen Gateway vernünftig arbeiten kann. Den Code für die Sachen, hattest du das hier noch mit drauf? Nö, dann zeigen wir euch keinen Code, könnt ihr euch alles auf GitHub angucken. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu oder irgendwas, was ihr noch gerne wissen würdet? Ne, gut, dann. Ja. Wenn man so einen Webseiten hacken will, dann benutzt man ja diese Internet-Fix-Geräte eigentlich. Um Webseiten zu hacken? Genau, Oder Denial-of-Service zu machen an der Webseite. Ja. Also hier gibt es natürlich, das ist im großen Teil eine Konfigurationssache, das ist jetzt auch kein Riesenschwerpunkt von dem Betriebssystem quasi, dass wir das bei uns unterstützen, sondern mehr eine Sache, die wir mit versuchen, mit externen Bibliotheken zu erschlagen, die wir aber ganz gerne nahtlos in unser Betriebssystem integrieren, wie zum Beispiel, Peter hatte vorhin ja schon genannt, Wolf SSL, dass man sowas mit einbauen kann. Dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, Standard-Krypto-Funktionen aus der ganz normalen Web-Welt zu verwenden auf den kleinen Knoten. Natürlich angepasst auf die kleinen, auf die wenigen Ressourcen, die man hat, auf den Knoten. Die Software kommt auf die Mikrocontroller drauf, indem man sie an seinem Laptop anschließt. Man zieht sich einmal aus dem Git-Repo mit Git-Klon und dem Riot-Pfad dazu, zieht man sich den Code einmal runter, wechselt in das entsprechende Verzeichnis, wie zum Beispiel Examples und ruft einen einzigen Befehl auf, der lautet Make Flash. Je nachdem, welches Board man dann verwendet, kann man noch in dem Parameter angeben, Board ist gleich, zum Beispiel Remote RefB, das ist dieser Knoten und dann wird das darauf geflasht und das Einzige, was man anders machen muss für ein anderes Board, ist, dass der Name anders ist. Dann sagt man zum Beispiel Flashboard SamRX Pro. Also sehr einfach, das eine Teile. Gerade im Bereich der Vernetzung, wenn ich jetzt im Industrieunternehmen was weiß ich, tausende Sensoren irgendwo ausgebreitet habe, ist ja die Frage, wie einfach ist es die Möglichkeit dann auch das Off-Ride Over-the-Air dann zu aktualisieren. Dass ich wirklich sage, ich hole mir einmal, baue mir für die Sensoren ein neues Image und das knalle ich einmal dann Over-the-Air raus. Sind da Funktionen drin, so mit Integritätsprüfung etc.? Das ist exakt die Vorstellung, die wir für die Zukunft haben. So soll das aussehen. Wie Peter vorhin ja schon gesagt hatte, die Over-the-Air-Updates sind noch nicht vollständig unterstützt. Das ist gerade noch Work-in-Progress. Gibt es aber interessante Konzepte auch schon und auch Testimplementierungen, die man sich auch über GitHub schon angucken kann, was da gemacht wird. Und da wird eben genau das gemacht, dass man Integritätsprüfungen auf dem Knoten macht. Da ist dann noch so ein bisschen die Abwägung, wie viel Intelligenz packt man quasi mit in den Knoten? Was kann der selbst verifizieren? Aber ja, dass man halt eine signierte Firmware-Version an den Knoten übertragen kann, er das selbst überprüfen kann, sollte ich diese Firmware annehmen und flash das dann selbst drauf, ohne irgendwelche zusätzliche Hardware. Das ist auf jeden Fall der Plan, ja. Ja, bitte. Wenn ich aus der Arduino-Welt rausgewachsen bin und mit Riot anfangen will, gibt es da das Paper, was man dann liest? Das Paper. Also am einfachsten, ich würde tatsächlich immer direkt beim Code anfangen. Es gibt natürlich auch diverse Tutorials, die man sich angucken kann, wo man dann da und jetzt hier klicken und da, das und das eingeben. Kann man einfach machen, aber meiner Meinung nach ist es am einfachsten, man zieht sich einmal den Code von der Webseite runter, da gibt es auch im Wiki so eine kurze Anleitung, was man dafür machen muss, wechselt in den Examples-Ordner und flasht das erste Example auf sein Board. Und die ganzen verschiedenen Beispiele, da gibt es halt etliche Sensoren, die man ansprechen kann oder zum Beispiel für diesen LED-Streifen gibt es einen Treiber, mit dem man muss nur an die richtigen Pins anschließen oder zumindest dem Board mitteilen, an welchen Pins hängt denn das jetzt tatsächlich und dann flasht man das da drauf und kann halt die ersten Experimente machen und sehen, okay, da passiert schon was, jetzt passe ich hier ein bisschen was an und da ein bisschen was an und kann man direkt anfangen zu basteln. Gut. Ja, alles klar, dann bedanke ich mich. Nein, noch einer? Es bleibt ja so, dass die Geräte nicht geabdaten werden können. Wieso bleibt das Problem? Wir haben diese verteilten IoT-Geräte, die dann viel altern und Sicherheitswirkung bekommen. Diese Updates muss dann immer wieder mit jedem Gerät gemacht werden, in dem das dann gesteckt werden wird. Also hatten wir ja gerade gesagt mit den Over-the-Air-Updates, das ist ja eigentlich, also spielt ja genau in die Richtung und das ist natürlich Anwendungssache, ob man so eine Funktion mit einbauen will, aber das Betriebssystem, also Riot, soll das natürlich alles bereitstellen, dass man die Möglichkeit hat, das einfach zu tun. Ja. So. Dann war's das. Danke. Vielen Dank. Danke.